Herzlich Willkommen zu GamesTV24 Daily, eurem täglichen Newsüberblick über alle Fakten und Geschehnisse in der Videospielwelt. Und los geht's mit einem Titel, über den wir uns gestern schon unterhalten haben, den wir gestern ein bisschen anvermutet haben. Jetzt sickert so ein bisschen die Bestätigung vielleicht schon durch. Es geht um Gwent The Witcher Card Game, das eigenständige Spiel zum Kartenspiel, was man aus The Witcher 3 eben kennt. Und das könnte auf der E3 enthüllt werden und jetzt gibt's dafür neue Anzeichen. Ja, nämlich beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, das Patentamt quasi. Also für digitale Sachen, da gibt es einen Einschlag. Und zwar den Titel Gwent The Witcher Card Game wurde von CD Projekt quasi sich gesichert. Genau, auch ein Logo wurde angemeldet und im Schutzeintrag nachzulesen ist die Rede eben eindeutig von einem Computerspiel und nicht vielleicht von einem Real-Life Trading Card Game, wie es jetzt zum Beispiel Magic the Gathering wäre oder so. Obwohl das auch eine tolle Sache wäre. Und jetzt wird halt vermutet, dass das offiziell auf der E3 dann enthüllt wird. CD Projekt hat für die Messe auch schon so ein noch nicht angekündigtes Spiel eben im Gepäck. Ja, das ist halt so, das Ding, CD Projekt ist auf der Messe. Der Witcher ist durch komplett mit Garden Wine jetzt. Cyberpunk werden sie nicht zeigen. Haben sie ja schon gesagt. Es ist ja ein, naja, sie haben es ja schon angekündigt. Und sie haben gesagt, es ist ein noch nicht angekündigtes Spiel. Also was wird's sein? Es wird wahrscheinlich kein Triple-A-Ding sein. Aber ich persönlich freue mich ziemlich auf das, wenn es das Grand Card Game dann sein wird. Also es wird's sein, schätze ich mal. Es bietet sich ja auch mega dafür an, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Da hat jeder auch beim Release von Witcher gesagt, wieso gibt's das nicht im Online? Wieso kann man sequent nicht online spielen? Gibt's da nicht irgendwann mal einen Patch oder eine Mod oder sonst irgendwas? Oder wenigstens eine App. Oder eine App. Also es wird sicher perfekt für iPhone eigentlich, also für Mobile oder für Tablets. Genau, sowieso. Also mal eine kurze Runde mit Online-Multiplayer. Wir werden's alles erfahren auf der E3. Gestern gab's auch neue Infos zu Watch Dogs 2. Wir haben ja gestern schon gesagt, da gab's diesen Livestream um 18 Uhr. Genau, wer sich den Livestream angeschaut hat, der hat die beiden Trailer, oder waren's drei Trailer? Drei, ja. Drei Trailer haben wir schon gesehen. Mit Entwicklern, mit dem neuen Helden Marcus Holloway, heißt der, der durch San Francisco springt. Also hat man auch ganz tolle Mocap-Aufnahmen gesehen, wie sie, ja, so Parcours-Künstler quasi da aufgenommen haben, um das ein bisschen, ja, flowiger zu designen als bei Aiden Pearce noch. Genau, ja. Ja, Marcus Holloway zum Charakter, nochmal, ist es wie Aiden Pearce auch ein Hacker, natürlich, der sich gegen das System auflehnt. Wie soll's auch anders sein? Mit dem neuen Protagonisten möchte man aber eben so eine Mischung aus Hacker und Athlet eben in den Vordergrund rücken. Also er ist deutlich wendiger als Aiden Pearce, ist es eben auch mit diesen Parcours-Sequenzen, die da deutlich flüssiger aussehen. In der Spielwelt gibt's mehrere Fraktionen, sowohl als Verbündete als auch Gegner. Und grundlegend ist die Stimmung auch eine andere als in Watch Dogs 1, fand ich, was auch der Trailer vermittelt hat. Bei Aiden Pearce war es ja eigentlich so, dass er so der lonesome Cowboy, der Dächer, der Enterbten, der tragische Hacker. Ja, genau, eigentlich war er ein ziemliches Arschloch, finde ich. Und wollte eigentlich mit niemandem irgendwie eine größere Bindung eingehen. Und Marcus ist halt dann ein Mitglied von DeadSec, also dieser Hackergruppe, die es auch schon im ersten Teil gab. Und ja, ist dann mehr quasi in seiner Community verankert. Genau. Auch das Hacken, dieses Spielelement des Hackens, man konnte ja im ersten Teil auch Ampeln hacken, Fahrzeuge und sogar Menschen. Dem will man im zweiten Teil mehr Tiefgang verleihen, es soll ein flexibleres System geben. Und man kann auch dann die Kontrolle über irgendwie Drohnen oder Roboter übernehmen. Also es ist nicht immer so der gleiche Ablauf, wie macht die Ampel, fahrt da das hoch und so weiter. Es war halt immer, du bist Auto gefahren, hast eine Taste gedrückt zum Hacken und das war's. Im Prinzip war es schon ganz witzig, das zu nutzen, aber es war einfach zu wenig, finde ich. Also es waren fünf, sechs Sachen, die man machen konnte und das war's dann auch. Und wenn da von mehr dann kommt, dann wird das bestimmt ganz cool. Ich hoffe mal. Jo, neue Infos gibt's auch von Seiten Remedy. Ihr erinnert euch sicher, der letzte Titel war Quantum Break, aber auch verantwortlich waren sie für Max Payne und Alan Wake, natürlich. Die haben zwei neue Spiele in Arbeit, das hat Thomas Puhar auf dem Entwickler-Blog von Remedy jetzt bestätigt. Beim einen Spiel soll es sich um eine komplett neue Marke handeln. Also kein Alan Wake 2, kein Quantum Break 2, kein Max Payne 4. Die soll auch in Zusammenarbeit mit einem neuen Partner entstehen. Wahrscheinlich mit, vielleicht, Quantum Break ist ja so in Zusammenarbeit mit Microsoft entstanden, könnte ja dann sich um Sony handeln oder so. Also nähere Infos gibt's da auf jeden Fall noch nicht. Und der zweite Titel, der in Arbeit ist, der ist aktuell in der Konzeptionsphase und ist vermutlich eine Fortsetzung eines Remedy-Titels. Jetzt kann man da spekulieren, ob das ein neuer Max Payne sein wird oder ein Alan Wake oder Quantum Break, vielleicht zwei schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es eine Fortsetzung einer bereits etablierten Marke sein. Richtig, aber wahrscheinlich nicht von Alan Wake. Das wurde auch bestätigt, keines der beiden Spiele wird irgendwas mit Alan Wake zu tun haben. Mit der Marke Alan Wake möchte man irgendwie andere Wege gehen jetzt, scheinbar. Er sagt da, wir arbeiten an etwas Neuem. Gleichzeitig erforschen wir aber die Gelegenheit, mehr Alan Wake-Geschichten in anderen Medien zu erzählen. Also würde es sich eigentlich so eine TV-Serie anbieten oder ein Film oder ein Buch? Könnte auch sein. Oder ein Comic? Ein Comic? Ja, auf jeden Fall wird Alan Wake in nächster Zeit nicht als Spiel zurückkehren, aber Quantum Break soll zum Beispiel noch weiterhin unterstützt werden. Ist ja auch bitter nötig eigentlich. Ja, muss man leider so sagen, das stimmt halt. Die neuen Titel werden aber dieses Jahr wohl nicht mehr angekündigt werden. Also weder auf E3 noch auf Gamescom noch auf sonst irgendwelche Sachen. Das wird dann alles nächstes Jahr passieren, wenn überhaupt nächstes Jahr. Auf jeden Fall sind die in der Entwicklung, diese Titel. Ja, mit Quantum Break haben sie ja auch ein bisschen Geld gemacht, was man da jetzt wieder reinvestieren kann. Also ich bin gespannt. Call of Duty XP ist nicht etwa ein Betriebssystem wie Windows XP, sondern eine Hausmesse von Activision. Die fand zum ersten Mal 2011 statt. Und da wurde halt alles im Rahmen von Call of Duty eben gezeigt. Und die findet dieses Jahr wieder statt vom 2. bis zum 4. September in Kalifornien. Also ein bisschen weiter weg für alle, die da jetzt hinfahren wollen. Da wird erstmals der Multiplayer und der Zombie-Modus von Infinite Warfare von den Besuchern spielbar sein. Also ihr könnt es da anspielen. Außerdem auch das Remake Modern Warfare Remastered wird spielbar sein. Und in dem Rahmen findet auch das Finale der Call of Duty Weltmeisterschaft, also E-Sport-Weltmeisterschaft statt. Genau. Besonders spannend ist dabei auch das VR-Erlebnis der Raumkämpfe für PlayStation VR. Also da bin ich mal gespannt, so Call of Duty, ob die dann auch so die PlayStation-Schiene fahren. Also die VR-Schiene fahren. Die PlayStation-Schiene fahren sie ja schon seit letztem Jahr eigentlich. Diesen Exklusiv-Deal sehen. Genau. Und ich schätze mal, dass da Sony auch so gesagt hat, ja, wir brauchen da irgendeinen Titel für unsere PlayStation VR, die den Grund hat, dass die Leute sich diese Brille kaufen. Weil bis jetzt gibt es ja nur so Spielereien eigentlich, kann man sagen. Allgemein auf dem ganzen VR-Arten eigentlich. Aber wenn da wirklich so ein Call of Duty-Ableger kommen würde... Ich glaube, da würden viele Leute zuschlagen tatsächlich für eine PlayStation VR. Also was mich stutzig macht, ist halt die Bezeichnung VR-Erlebnis. Weil VR-Erlebnis heißt halt immer so eine kleine Demo. Könnte sein. Also keine Ahnung, für mich hat das immer so einen Geschmack von, das ist eigentlich kein richtiges Spiel. Ja, du siehst es halt irgendwie und bist da so wie im 4D-Kino. Der VR-Support für Infinite Warfare wurde bisher auch noch nirgendwo offiziell erwähnt. Also ob man das jetzt auch mit einer VR-Brille spielen kann. Deswegen geht die Vermutung halt nahe, dass es sich um so eine Tech-Demo handeln kann. Wo man sich halt so eine Raumschlacht mal anschauen kann aus dem Cockpit und fertig. Aber nicht groß in Spiegel schön eingreifen oder vielleicht nur in einem Level oder so. Wer auf dieser Messe ist, der muss aber nicht nur irgendwelche Livestreams gucken oder sich die Weltmeisterschaft angucken und die ganze Zeit auf seinem Hintern sitzen. Da gibt es nämlich auch Lasertag und Paintball-Arenen, Call of Duty-Ausschillungen und Waffenkammern und Konzerte, unter anderem Dropkick Murphys und Kanye West. Zwei Bands, wie sie unterschiedlich hier nicht zeigen können. Ja, also Activision fährt da ordentlich was auf. Wird halt so ein Bomben-Event eben, um Call of Duty zu promoten. Und wer sich das Ganze anschauen will und dafür nicht nach Kalifornien fliegen, der kann sich einen der Livestreams anschauen, die wird es zahlreichen Shows und Events in dem Rahmen eben auch geben. Da kann man halt nicht Lasertag spielen. Da könnt ihr dann nicht Lasertag spielen, das ist richtig. Aber das könnt ihr ja vielleicht auch draußen. Wo man auch nicht Lasertag spielen kann, ist in Skyrim. Oh ja. Und naja, vielleicht bald in Skyrim Remastered. Ja genau, mit irgendeiner Mod könnte man da vielleicht Lasertag spielen. Gegen fliegende Ponys und naja. Auf jeden Fall, Skyrim Remastered wird immer wahrscheinlicher laut einem Einstieg bei einem Händler, Base.com heißt der, soll das Ganze ab 23. November im Handel sein. Ja, gelistet ist dieses Produkt da eben unter dem Namen The Elder Scrolls V Skyrim, The Definitive Edition und erscheint exklusiv für Xbox One und Playstation 4. Eine PC-Version findet man in dieser Auflistung nicht. Man muss aber auch dazu sagen, diese Listung ist halt noch nicht offiziell bestätigt. Also es hat noch nie, Bethesda hat noch nicht offiziell darüber geredet. Es ist halt oft so, dass da irgendjemand einen Fehler macht und ein Angebot schon eine Woche früher terminiert. Und bei Base.com ist das ja wahrscheinlich passiert und ich schätze mal, dass Bethesda das erst auf ihrer PK am Sonntag ankündigen will. Genau, so zumindest auch die Gerüchte sprechen auch dafür. Shinobi etc. haben gesprochen. Es soll so eine Remastered-Fassung geben. Die soll natürlich eine überarbeitete Grafik bieten und auch Mod-Support für die Konsolen. Genau, wie man das Ganze von Fallout schon kennt. Genau. Also das funktioniert ja eigentlich sehr gut, bis auf das, dass die Leute halt die Mods klauen und sich selbst als Autor ausgeben. Aber da ist ja Bethesda eigentlich ganz gut dahinter. Richtig. Das war es mit den News für heute. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dahin. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder.